Ja, die Zeit ist reif, dass du heute eine besondere Ausgabe bekommst. Du wirst etwas in dem Video erfahren, was ich so noch nie gesagt habe. Lass uns aber damit anfangen mit jemandem auf YouTube, den ich sehr schätze, der immer wieder in seinen Videos dasteht und sagt, wann fangt ihr endlich an, unser Newsletter zu abonnieren? Und den Link findet ihr unter dem Kanal. Das hat einen besonderen Grund. Und zwar wurden in der letzten Zeit einige Kanäle abgestellt bei YouTube. Einige meine ich jetzt nicht nur 1, 2, 3, 4, sondern es sind mittlerweile Tausende von Kanälen, die es nicht mehr gibt. Und da sind auch eine ganze Menge Deutschsprachiger dabei. Und jetzt werden sich vielleicht einige sagen, wie kommt er jetzt darauf, der spricht da über Bankprodukte? Ja, die Zeiten ändern sich, dass man, je nachdem wie man darüber spricht, das auch noch frei machen kann und das hier bei YouTube. Wie komme ich darauf? Du wirst es vielleicht schon gesehen haben, unser Aufsteigertraining. Ich kann das doch hier einfach mal kurz einblenden, damit du auch siehst, um was es geht. Aufsteigertraining ist unser siebenjähriges Programm, wie du dein Leben ändern kannst, wie du dich finanziell unabhängig machen kannst oder unabhängiger. Es ist ein siebenjähriges Coaching-Programm. Auf die Details gehe ich jetzt in diesem Video nicht ein, weil wir sind immer noch bei den smarten Bankkunden. So, wir haben Werbung bei Google gebucht dafür und das ging eine ganze Weile gut unter dem Keyword halt Reich werden. Es gibt in unserem Land eine ganze Menge, die Google danach, die suchen danach, reich zu werden. Warum auch nicht? Also es gibt die Leute. Und unsere Anzeigen wurden dann, es ging eine Weile gut, wurden dann storniert und wir haben Kontakt natürlich mit Google und haben, wieso, was, was ist da? Und es ist politisch nicht mehr korrekt. Es ist politisch nicht mehr korrekt, den Gedanken zu haben, also wenn man im Kopf hat, ja, aber wenn es dann weitergeht, reich zu werden. Wir hatten uns mit Google einigen können, dass es vermögend werden eine Alternative ist. Das ging fünf Wochen gut. Auch dann war das Vermögendwerden nicht mehr politisch korrekt. Also Menschen, die in unserem Land vermögend werden wollen. Okay, kürzen wir es an dieser Stelle ab. Aktuell sehe ich keine große Gefahr, dass wir ja auch bei YouTube verschwinden. Da sind wahrscheinlich noch ein paar Leute vor mir dran, ja. Aber wenn sich Leute in unserem Land mehr Gedanken machen, wie sie finanziell unabhängiger werden, wie sie reich werden, wie sie vermögend werden, wie sie sich besser aufstellen, es ist eine Gratweinung. Wir sind dabei, von dieser Pluralität immer weiter halt einzuengen und wir haben eine ganz große Toleranz zu der einen Meinung, die dann halt gültig ist. Und deswegen ist es auch das erste Mal, dass ich im Video sage, fangen wir endlich an, unser Newsletter zu abonnieren. Wir nennen Ihnen Sonntags-Mail, was es genau ist und welche Vorteile dir das bringen kann, falls du die überhaupt haben möchtest, siehst du in diesem Video. Deswegen werfen wir einfach mal einen Blick rein in die E-Mail vom letzten Sonntag. Und da kann es sein, dass bei einem vielleicht sagen, ups, wir gehen einen Schritt zurück. Und zwar hier in dieses Bild. Wir haben nicht manchmal keinen Sonntagsartikel, keinen öffentlichen Sonntagsartikel, da steht dann, sorry, heute intern. Und meistens kommt am nächsten Sonntag wieder etwas raus. Und wenn du bisher nur bei YouTube uns gefolgt hast, es gibt eine, die schauen uns super gerne auf YouTube, dann siehst du halt, wie wir eine Bankkarte vorstellen, ein Bankkonto vorstellen, wie man damit clever umgeht, wie man vielleicht auch Tipps hat, wie man das im Ausland nutzt. Das ist der eine Teil unserer Seite und der ist auch sehr beliebt. Wir können in einem Video nicht durch 1000 Themen mehr durchgehen. In der Sonntags-Mail-Newsletter, was jeden Sonntag herauskommt, an die Leute, die uns abonniert haben, kriegst du ein bisschen mehr. Okay, wir gehen rein. Sie sind nach dem selben Prinzip aufgebaut, thematisch gibt es aber halt, man kann nicht immer über dasselbe schreiben. Diesen Sonntag, ja, liebe smarte Bankkunde, liebe smarte Bankkunde, ging es nämlich zum Thema Vermögenssicherung. Und da sind wir schon mal ein Thema, ja, wo das politisch alles, es ist eine Gratwanderung, ja, wir sind tatsächlich in der Gratwanderung. Vor zehn Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können. Was du hier zum Beispiel auch siehst, ein Bild, also es gibt hier, wir gehen erstmal ganz gut durch, also es gibt quasi meistens einen Leitartikel, der auch dann der Sonntagsartikel ist, der ja angeteasert wird. Und nochmal Bezug auf den letzten Sonntagsartikel meistens, wir haben ja auch eine Buchprämie, die man gewinnen kann, jeden Sonntag wird, und das gehen wir ganz nach unten runter, ein Buchverlust. Was das genau ist, gibt es denn hier die Erklärung, kann man draufklicken, und da sieht man, um welches Buch es sich handelt. Und wir haben mittlerweile schon eine dreistellige Anzahl an Büchern gegeben, und es ist wirklich ein sehr tolles Buch, was ich selber mal geschenkt bekommen habe, von einem guten Freund, von einem Unternehmer, und seitdem verlose ich das halt am Sonntagsmail. Genau. Wer das ist, das sieht man dann halt immer etwas hier so verdeckt. Und fangen wir jetzt oben wieder an. Also es ist im Prinzip ein Artikel um Vermögenssicherung. Sie sehen hier die Geldscheine, das Papiergeld, man könnte auch sagen, das ist das Tagesgeld von 30 Jahren gewesen, und ganz klein hier eine Goldmuster. Sie klicken einfach mal rein in den Artikel. Ja, also die Sonntagsmail ist dazu da, dass man natürlich immer schön in unser Portal rein verlinkt, oder auch auf externe Seiten, je nachdem wie es gerade thematisch passt. Der Artikel ist relativ lang, den gehen wir jetzt auch im Detail nicht durch, weil es wird nicht jeden interessieren. Ja, wir haben natürlich viele dabei, die mehr an den Zahlungsverkehr, also Bankkonto, Bankkarte interessiert sind. Und natürlich gibt es gerade beim Thema Gold auch Leute, die auf der Seite stehen und sagen, Mensch, das bringt mir auch gar nichts, dieses altertümliche, valikte, Zinsen bringt nichts, kostet nur Geld, wenn man es irgendwie aufbewahrt, und irgendwie kann ich damit ja auch nichts machen. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt Leute, die vielleicht sagen, Moment, das stimmt schon, was du da sagst, aber vielleicht kann ich doch daran irgendwie mein Erarbeitungsvermögen halt speichern. Ja, das kannst du auch im Tagesgeld halt machen. Ja, natürlich, das mache ich, vielleicht auch sagt die andere Seite, aber wenn wir zurückschauen in die Geschichte, ist es paar Mal passiert, dass quasi so eine Tagesgeldanlage läuft, vielleicht ist es natürlich nicht Tagesgeld, sondern Sparbuch oder Sparbrief, nicht so gut ausgesehen hat. Darüber gibt es auch in diesem Artikel, ja, und es gibt da auch verschiedene Ideen, Vorschläge für diejenigen, die sagen, ich möchte eine Position in Gold aufbauen, ja, trotz dass es keine Zinsen bringt, trotz dass es Lagerkosten hat, ja, aber ich möchte lieber eine Position aufbauen, da gibt es die Empfehlung dazu. Ach, hier sieht man mich, wo ich auch in den USA in Nevada unterwegs bin, zu einer Goldmier, also auch Gold wird ja produziert, ja, aber auch Papiergeld wird produziert, und Papiergeld kann schneller produziert werden, also es wird digital, es wird ja bei den Zentralbanken und bei den lokalen Banken, das verstehen übrigens auch viele Bänker nicht, die Geldschöpfung, die Kreditschöpfung, viel schneller hergestellt als physisches Gold. Hier sehen Sie auch so Abbildungen, wie geht es dann beispielsweise mal um Silber, hier haben wir dann auch noch den Tim, einen Experten, interviewt, ach, genau, beziehungsweise er hat ein Video für uns produziert. Auf dieses Bild wollte ich hinaus, hier sehen Sie es nochmal in groß, ja, das sind die 100 Mark, der 100-Mark-Schein von 1913, und darunter haben wir einen 2-Millionen-Mark-Schein, der ist erst ein paar Jahre später in Umlauf gekommen, ja. Wer den 100 da hier aufbewahrt hat, oder zum Beispiel als Sparguthaben auf einem Tagesgeld, konnte, da konnte er ein paar Jahre später damit nichts mehr anfangen, weil das war einfach zum Zeretta anzünden, auch gut, sonst konnte man dafür nichts mehr kaufen. Wäre 1913 hier dieses Goldstückchen, und es war damals 20 Mark, also man hätte für diesen einen Schein damals 20 dieser Goldstückchen haben können, weil da war noch die, ja, diese Parität das richtige Wort, also die Zeit, wo das Papiergeld mit dem Goldteil sehr schön harmonierte, konnte man ein paar Jahre später mit diesen 20 Goldmünzen viel, viel mehr anstellen. Die Geschichte ist ein bisschen detaillierter hier noch drin. Das war dazu da, ach, hier sieht man sich, hier kann man sich sowas bei Post schicken lassen, das haben wir dann mal ausprobiert, und dann gibt es natürlich hier drunter natürlich Diskussionen, und da freue ich mich auch immer, ja, dass unterschiedliche Ansichten geteilt werden, ja, weil man kann aus dem Pro und Kontrast lernen, und natürlich auch Erfahrungen, ja, der eine mit dem, also jetzt über Tagesgeld wurde jetzt nicht gesprochen, das wäre jetzt eine andere Seite, ja, wir haben natürlich auch Informationen zu diesen gut verfügbaren Sparkonten, und wenn jetzt jemand Vermögen hat und weiß, im nächsten halben Jahr möchte er halt seine vermietete Immobilie renovieren, ja, dann kauft er natürlich von dem Geld, was er jetzt auf dem Konto hat, kein Gold, ja, sondern es bleibt im Tagesgeld liegen, weil er braucht es ja wieder, weil es wieder verwenden möchte. Gut, genau, diese Kommentare, das kennt ihr ja schon. So, das war sozusagen der Leitartikel aus der Sonntagsmail, die für alle, die bei YouTube waren, bisher nicht sichtbar waren, und selbst die bei uns auf dem Spezialportal waren, haben ja die Info bekommen, hey, sorry, heute intern. Was haben wir noch in der Mail? Gehen wir wieder zurück. Wir haben verlinkt auf einen Anbieter, gerade natürlich thematisch in diesem Bereich, im Wohl dem Wohl ist, wenn man sich für die Richtung entscheidet, ja, eine kleine oder auch eine größere Position in Edelmetallen aufzubauen, sehr interessant, wenn man das nicht zu Hause lagern möchte, und auch nicht im Bankschließfach in der Nähe, sondern wenn man sagt, okay, das könnte vielleicht interessant sein, weil übrigens ein ganz beliebtes Argument von Menschen, die sagen, ich möchte nicht in Gold investieren, ist, es gab mal Goldverbote, und wenn es dann verboten wurde, bringt mir das ja gar nichts. So, die waren bisher immer relativ lokal begrenzt, also wir hatten das mal in den USA gehabt, wir hatten das auch in Deutschland gehabt, ja, und wir hatten es aber nicht weltweit. Und es gibt auf der Welt Länder, die scheren sich überhaupt nicht darum, was in Berlin, hätte ich fast gesagt, was in Brüssel heutzutage ja alles so festgelegt wird, weil die sagen, ja, Moment, wir sind ja auf einem anderen Teil der Welt, und wenn jemand da sein Edelmetalllager hat, hat er das halt auch. Und das lässt sich über Bolienvold organisieren, ja, das ist quasi ein Dienstleister, wo Sie online ein Konto eröffnen können, wo Sie Geld einzahlen können, und wo dann in zum Beispiel Schweiz, Kanada, ja, auch in Asien, Singapur beispielsweise, für Sie im Hochsicherheits-Tresor Edelmetalle einlagert. Wo ich meine eingelagert habe, finden Sie in der Kommentarfunktion, weil das wurde gefragt, vor allem gesagt, ich glaube, ich habe das sonst im Artikel nicht geschrieben, aber es wurde von ihm dieselbe gefragt, und ich habe ihm darauf ehrlich geantwortet. Also, hier wird dieser Anbieter vorgestellt, hier sehen Sie auch mich, ich habe mich den Anbieter selber besucht, das kennen Sie schon, dass ich das auch bei Banken mache, dass ich da gelegentlich mal hinfahre und mit Verantwortlichen spreche, das habe ich auch in dem Bereich gemacht, hier sehen Sie mich in London, wo die Zentrale ist von diesem Anbieter, und wir haben auch ein paar Videos gemacht, naja, das ist jetzt hier ein Video direkt vom Anbieter, aber wir haben ja oben die Suchfunktion und wir haben auch noch mehr verlinkt, wo sind wir hier die Links? Jetzt sind wir auf einem kalten Fuß erwischt. Also, in der Suchfunktion, wir haben über Bullion wohl schon mehrmals berichtet und auch ein paar Interviews gemacht, wo ich den Hersteller, Hersteller ist das nicht, den Anbieter gefragt habe, wie sieht es aus mit den und den Punkten, wenn Sie das mehr interessiert. Ich kann natürlich jetzt um das Video gehen, ich werde ein paar Links rein tun und direkt dahin kommen. Ich merke es, dieses Video wird schon länger als geplant. Wenn Sie noch weiter Interesse haben, was denn bei uns drin ist, bleiben Sie einfach noch dran. Genau, ach, hier ist zum Beispiel ein Link zur Eröffnung des Bullion-Bolt-Kontos, und da gibt es nämlich auch ein Video, da, genau, jetzt gebe ich aber Gas, also hier ist es, der Ablauf auch der Kontoeröffnung, natürlich, da sind Sie von mir gewohnt, da helfe ich gerne weiter, Schritt für Schritt halt beschrieben, und natürlich, wenn da Fragen sind, die Kommentarfunktion. So, das ist natürlich nicht alles, das haben Sie vorhin schon gesehen in unserem Newsletter, schlägt durch Sonntagsmail, es wird auch, wir haben auch immer wieder eine Verlosung drin, da gehe ich jetzt drüber hinweg, das sehen Sie einfach, wenn Sie abonniert haben, wie das funktioniert. Und hier haben wir natürlich auch Bezug nochmal auf den letzten Sonntagsartikel, das war Konto für Haushaltshilfe, wenn man da dann draufklickt, da sieht man in dem Fall, dass das Video fertig ist, das haben Sie als YouTube-Abonnent ja schon gesehen. So, viel dazu. Was haben wir, was wir auch haben, sind Leserfragen und Interessantes aus der Community, das sind manchmal ein, zwei, Sie hatten aber auch schon drei, vier, maximal fünf, passiert nicht manchmal, wenn Fragen gestellt sind, wo ich selber aber keine Antwort weiß, wo ich aber die Vermutung habe, oder manchmal weiß ich das auch schon mal, wir haben ganz, ganz tolle Stammleser, die sich über die Kommentarfunktion in der Community beteiligen. Ganz großen Dank dafür! Aus dem Newsletter strich ich das Sonntags-Mail, wird dann darauf verwiesen, auf Fragen, und dann kommt es meistens doch relativ schnell. In dem Sinne, weil jetzt diesmal ging das jetzt hier, ja, die kommen direkt, ich weiß nicht, ob Sie das im Video schon gesehen haben, es gibt ja ganz wunderbare Aktiensparpläne, ich klicke jetzt einfach mal hier rauf, da sind nicht alle Unternehmen vorgestellt, die man direkt als Aktie besparen kann, also ohne das Retail-Vehikel, ETF oder Fonds, das ist natürlich nicht für jeden was, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es gibt Leute, für die ist das was, und die finden dann die Übersicht hier, und wir hatten damals den Aufruf gemacht, wie hey, wir wollen auch die und das Unternehmen direkt besparen, ja, das hat natürlich große Kostenvorteile und man ist auch direkt Aktionär, und es war jetzt eine Erfolgsmeldung, dass bei zwei Unternehmen, die bei uns, wie jetzt hier, haben sich doch relativ viele smarte Bankkunden dazu gezahlt und gesagt, ja, mit so und so viel möchte ich das monatlich besparen, dass das geklappt hat. Das sehen Sie dann hier sozusagen im grünen Ohrrande, das sind die Erfolgsmeldungen. Was das genau ist, klicken Sie in die Seite ein, wenn Sie sich dafür interessieren. So, dann haben wir eine Frage, ach genau, zum Rahmenkredit, und dann halt nochmal den Link strategisch beantragen, das war jetzt eine Frage, vor allem nicht, das kann man ruhig mal so sagen, also wir haben relativ viele Erfolgsmeldungen, also wir haben auch Meldungen, dass der Rahmenkredit nicht geklappt hat, aber wir haben auch Meldungen, dass der Rahmenkredit immer, wenn der geklappt hat, und wenn die dann manchmal zeitverzögert kommt und jemand dankbar ist und sagt, also eigentlich habe ich die ja gar nicht damals gebraucht, aber heute bin ich froh und dankbar, dass ich sie mir damals eingerichtet habe. Im Gegensatz zu meinem Namensvetter hier, ein Gregor, der gefragt hat, also er möchte in die USA rüber gehen, und ob er jetzt ohne Einkommen, also in einer Vorbereitungsphase, das beantragen kann. Und das ist jetzt leider ein paar Wochen zu spät, weil solange man noch einen festen Job hat, kann man diese ganz, ganz, ganz geniale Kreditlinie beantragen. Im besten Fall bekommt man sie auch. Das war's denn. Ein Statuswechsel wird nicht mehr angezeigt. Also wenn du dann arbeitslos wirst, weil du Königs oder du König wirst, weil du dich selbstständig machst, egal, die Linie bleibt bestehen. Wir haben auch schon die Anfrage gehabt, was ist, wenn man ins Ausland rumzieht. Bisher war die Antwort der Bank, bleibt bestehen. Das ist natürlich ganz großartig. Man kann sich hier etwas fürs Leben einrichten, und das läuft einfach. Das ist gut für Kunde, gut für Bank, und von daher auch diese Artikel, sich strategisch einzurichten, gerade wenn man sie nicht braucht. Also so ist das halt bei Banken. Beantrage einen Kredit, wenn du ihn nicht brauchst. Du kriegst die besten Konditionen dafür. Und in dem Fall kostet der auch überhaupt gar nichts, erst wenn man ihn nutzt, und dann auch nur die Zinsen. Und zu den anderen Konstellationen, wir haben mehrere sehr, sehr gute Anleitungsartikel schon auf der Webseite. Wer ihn noch nicht kennt, geht einfach über die Suchfunktionen daran. Ja, genau. Ich wollte sagen, oder fragt einfach noch und entschicken, weil das Ding daraus ist, aber über Suchfunktionen hat man es schneller. Genau, dann haben wir, was machen die Aufsteiger? Ich verlinke immer ganz gerne auf unser Aufsteiger-Training, weil es doch für viele die Einladung ist, zu sagen, okay, ich mache mal mehr draus, ich habe Bock, mich weiterzuentwickeln. Und hier geht es zu Events, genau. Diese Woche haben wir Vorbereitungswebinar gehabt, also die, die sich interessiert haben, potenziell mitzukommen zu unseren nächsten beiden Events. Also wir haben einen Mini-Workshop im Oktober in Florida, da geht es um Investments in den USA. Das trifft natürlich jetzt für viele in diesem Kanal nicht zu, deswegen nur ganz kurz. Es gibt auch Sachen, die gehen darüber hinaus. Und wir haben im April nächsten Jahres einen Workshop, da geht es um Internationalisierung. Und diese Info, die kriegt man üblicherweise halt nicht im YouTube-Kanal, sondern da darf man schon bei uns im Newsletter drin sein, weil die findet man sonst auch nicht auf dem Blog. Darunter ist noch Gelegenheiten des persönlichen Kennenlerns. Das ist jetzt eine relativ neue Rubrik, da sieht man jetzt, da gab es zwei Termine. Einmal war ich auf einem Online-Marketing-Kongress in München und wir haben sogar ein Ticket verschenkt. Immerhin im Wert von 415 Euro. Lag aber daran, das muss ich ehrlicherweise zugeben auch, weil wir die selbst bekommen haben, durch gute Beziehungen und durch unsere Arbeit, die wir einfach machen. Die nächste Gelegenheit, mich auch persönlich kennenzulernen, ist am 3. August in Bad Sohn bei Frankfurt. Und da kann man sich ein Ticket kaufen, da findet man den Link dann bei uns in der Sonntags-E-Mail drin. Und das Ticket kostet auch viel weniger. Wer an solchen Gelegenheiten teilnehmen möchte, damit ist tatsächlich auch mit dem Kontakt klappt, der klickt dann auf den Link hier bei der Stefanie, das ist meine persönliche Assistentin, und dann kann sozusagen das gematcht werden, dass man sich da tatsächlich trifft und nicht aneinander vorbeiläuft. Genau, das mit dem Buch gewonnen, das hatten wir schon. Das ist auch fast das Ende der Sonntags-Mail. Zum Ende findet man natürlich noch etwas über uns, über mich auch, weil man hier einfach die Seite öffnet, Zweck der Existenz. Wenn Sie jetzt sagen, was Zweck der Existenz ist, hört sich echt gruselig an, oder komisch, oder im Moment vielleicht nicht auch neugierig. Das stammt natürlich aus dem Buch, was Sie hier auch finden. Jetzt schließt sich nicht der Kreis The Big Five for Life, was wirklich im Leben zählt. Seitdem ich das kenne, das ist jetzt schon viele Jahre, weil das hat auch mit dieser Portalgründung zu tun, dieses Portal gibt es seit 2013, hallo, seit 2013 gibt es diesen Blog. Finden Sie ein bisschen mehr der Hintergrundinformationen, warum gibt es dieses Blog, warum mache ich das, und wenn Sie jetzt sagen, okay, cool, danke, dass du dieses, oh Gott, das ist ein langes Video geworden, gemacht, dass du uns das jetzt auf YouTube gezeigt hast, ich gehe einfach mal unter das Video, zur Sonntagsmail, leider sieht man jetzt im Bild die Suchfunktion nicht hier, Sonntagsmail tippe ich ein, ich wäre es einfach verlinkt, ich habe das schon mehrfach hier oben drin gehabt, die Sonntagsmail, trage hier meine E-Mail-Adresse rein, gehe dann halt auf diesen Button, es kommt eine Bestätigungs-E-Mail raus, die muss man dann wieder bestätigen, also ich bestätige, dass von dir die E-Mail angekommen ist, und du bestätigst, dass du wirklich da reinwollt bist, so ist bei uns die Gesetzgebung, das nennt sich beim Web-In-Verfahren, dass es wirklich alles sicher ist, und dann gibt es dann auch die Datenschutzhinweise und alles, was uns in den letzten Jahren an Regelungen auferlegt worden ist, wenn man halt so eine Internetseite betreibt, wo andere Leute Informationen, ja, die sie als Informationsquelle nutzen können. Vielen Dank, dass du unseren YouTube-Kanal als Informationsquelle für dich nutzt, vielleicht auch schon unser Blog, vielleicht auch schon die Sonntags-E-Mail-Adresse, die du gerade gesehen hast. Mach mir jetzt hier einen Schnitt, warum ich das Ganze tue, hatte ich schon in anderen Videos mal gesagt, vielleicht mache ich mal wieder ein Video dazu. An der Stelle einfach vielen Dank, dass du das bis zu Ende gesehen hast, und im nächsten Sonntagsvideo wieder etwas mehr zu unseren Baumprodukten. Das war jetzt ein Hintergrundvideo. Also dann, eine schöne Woche, und wenn du magst, bis bald! Falls es das erste Mal ist, dass du ein Video von mir gesehen hast, diesen Kanal kann man abonnieren, und dann hast du die Auswahl, diesen Ring-Button zu klicken. Möchtest du informiert werden, wenn am nächsten Sonntag ein neues Video rauskommt? Oder möchtest du passiv danach schauen? Manchmal ganz selten kommt sogar ein Spezialvideo raus, unangekündigt. Ist das ein Ringsymbol natürlich denn gut? Weil dann war dieses Video für dich wahrscheinlich wichtig. Zumindest war ich der Meinung gewesen, wenn ich ein Spezialvideo mache, hey, Moment, jetzt ist aber ein Messer echt cooles. Dankeschön! Tschüss! Schönen! Musik 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 Musik